Hallo und Willkommen zurück bei Vampires with the Musquerade Bloodline. Was war das? Egal. Jetzt wollen wir mal zu diesem Verkäufer bei Sinbin gehen. So heißt dieser Laden, oder? Ja, Sinbin. Und rein mit uns. Was war das? 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 Mhm, 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 mhm. Good, good, good. Little red. Employers only. Was haben wir denn da? Dirty dog. Nett. Aber bevor wir mit diesem seriösen und vollkommen, ja, guttausenden Menschen reden, schauen wir uns mal diese Piepshow an. Manager. Ich bin sowas wie der Manager dieses Hauses. Ich bin sowas wie der Manager dieses Hauses. Irgendwelches Gekritzel. Uh. Schicke Armbanduhr. Ein Fax. Kann man hier öffnen? Nein. Gut, was haben wir denn? Inventar. Piepshow. Status. Hier. Ich brauche das. Hier. Das ist das. Hier. 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 schauen wir im Inventor. Ja, da sind wir ja aber bei der P-Show. Da. Kaninchen spielen, bist Masto. Okay, schauen wir bei Kaninchen spielen. Das verspielte Häschen. Video-Erotik für Paare. Simulierte Kopulation mit Reichzeichner-Effekt. Laubarmes Träumen der Leidenschaft. Die Pfarrersfrau. Okay. Also schauen wir bei Logfiles. Was wurde eingeben? Sünder. Gut, nett. Schauen wir zuerst bei Kastiti. Okay. Bei Jennifer. Oh, wow. Und es ist bei Kerry. Kastiti ist die mit den wenigsten Ein-An. Private. Dirty-Dog. Gut. Big John Farm. Ups. Big. John. Farm. Ups. Big. John. Farm. John lässt die Schauspielerei bleiben. Macht jetzt endlich Filme. Wie erwartet bleibt er bei dem Bauernhofzeug. Erreichbar. Erreichbar. Unter. Mhm. Der Typ braucht Hilfe. Da steht DMP. Also Dead Mask Productions. Schauen wir vielleicht später nochmal vorbei. Okay. Hier ist nichts. Ah. Was ist denn das? Tänzerin. Alle Champagner-Bestellungen im Zimmer aufschreiben. Inklusive Trinkgeld. Piepshow-Einnahmen unter PERS. Passwort Sünder. Ah. Okay. Wir waren schneller. Ja. Okay. Mein Finger war jetzt ein bisschen schneller als gedacht. So. Ja. Wir sind. Genau. Wir sind da wo. Beim Friedhof. Dort wo ich mal das Schild gesehen habe. Da sieht man so. Das Schild. Äh. Die Anschreibung. Nach unten gehen. Für die Piepshow. Und jetzt. Schauen wir uns mal die Piepshow an. Was? Das ist ja niemand. Ah. Okay. Interessant. Aber mehr nicht. Hier. Also 5 Dollar vergeult ich nicht nochmal. Und hier haben wir auch nichts besonderes. Können wir nicht drauf. Gut. Dann. Wieder rauf. Und reden wir mal mit diesem. Seriösen Mann. Ähm. Hey. Da bist du denn? The name is Flynn. I am the proprietor of this here establishment. Anything you want you can get at the sin bin. Depraved ain't a four letter word here. You know what I'm talking about. Erzähl mir etwas über diesen Ort. The sin bin? Man. We've got filth of every flavor. Just tell me what makes your bits tingle jack. I'll set you right up. Hm. Ja. Dann erzähl mir mal was über deine Produkte. Man. We got everything you'll ever need. Softcore. Hardcore. Gay. Straight. Farmer. Furry. We got shockers. Shivers. Self lubricators. And strapons. Chainscrops and canes are in the back next to the triple ripples. Like I said. We got it all. Hört sich gut an. Ich habe noch ein paar Fragen um dich. Yeah? What do you want to know? Erzähl mir ein bisschen von Hollywood. Hollywood? What do you want to know about it? Erzähl mir von ein paar wichtigen Sinswürdigkeiten. Which ones? Das Hasp Hole. The Asp Hole? It's just across the street. Some uptight Hollywood club where the drinks cost too much and the girls put out too little. Which ain't bad for me. Most of the drunk horny assholes come straight to my place after last call. Hm. Erzähl mir noch ein paar Sinswürdig... Von ein paar Sinswürdigkeiten in Hollywood. Which ones? Vesu Venus. We got all you need right here. But if you like, eh, second right smut. Head up the street to Vesuvius. One of the strippers actually owns the place. You should see the rack of lamb on that one. Which ones? The old Asian theater? It's been closed for a while. The place gives me the freaking creeps. It seems like everyone's got a Hollywood ghost story, but you walk by that place and look at it, you'll swear something's looking back. Yeah? What do you want to know? Hast du jemals von Dead Mask Productions gehört? Those guys? Yeah. Yeah, I heard of them. Why do you want to know? Hm. Ich habe ein Band von denen und versuche herauszufinden, ob es echt ist. A tape? You mean the tape? You got a copy of it? Have you seen it? So is it, und? Look, man. Get the hell out of here, alright? I don't want any part of that scene. I hear people seeing that tape and then coming home for dinner. I don't deal in that kind of stuff anyway. So just take it somewhere else. Ich denke, in diesem Laden gibt es alles. Du musst doch etwas wissen. Forget it, man. I don't even know, what the hell you're talking about. Huh? What? Who are they? Seriously, get the hell out of here. Sieh mal, ich bin ein Sammler. Du kannst mir ruhig sagen, was du weißt. Okay. Hey. Schau. All I know is that a guy calls on the pay phone down the street every once in a while. He'll say something like, the moon is a terrible mistress or some creepy shit like that. Ach ja? Und dann? Then all you have to say is, who walks the night with demons of dread. Supposedly you'll be told where to meet the guy to pick up product. I don't know for sure. I, uh, but I never tried it. I scared the shit out of me. Danke für die Info. Geh heute Nacht nicht allein nach Hause. Hey, wait. Look, you might as well know this. Word on the street is that they didn't even make the video. They're just distributing it. No one even knows where it comes from. I'm telling you man. Whatever you're in, get out of it now. Ich wünschte ich könnte Flynn. Wird schon schief gehen. Bis dann. Gut, das hatten wir hier erfahren und mal schauen was wir aus seinem, ja, Computer rausfinden. privat. Ja. Ich dachte, das hatten wir schon eigentlich eben. Fallsdaten. Hau ab. Die, die, die mit dem Mund der Fenstern nicht durch die Nacht wandeln. Mann, das ist gruseliger Scheiss. Memo an mir, das niemals zu machen, es sei denn, es gibt Kohle dafür. Na gut, Kohle oder Huren. Aber das ist ein Muss. Okay, gut. Er hat uns das Gleiche gesagt, wie er hier unten hat. Das heißt, falls er es uns nicht gesagt hätte, hätten wir einfach runtergehen können und es da rausfinden. Gut. Dann gehen wir hier zum kleinen Telefon und dann, ja, es klingelt. Die mit dem Mond der Fenster ist durch die Nacht wandelt. The Lucky Star Motel. Room 2. Don't be long. Ich werde dort sein. Okay, und schon wieder ins Lucky Star Hotel. Genau dort, wo unsere heutige Folge angefangen hat. Gut, Raum 2 war oben links. Eins, zwei. Okay. Überall Blut. Hand abdrücken, sicher von diesen Monstern, die wir im Video gesehen haben. Aber sonst, nichts wertvolles, nur die Karte zum Internet-Café. Okay. Dann gehen wir halt zum Internet-Café. Und ich dachte, dort sind nur Nerds und Leute, die sich kein Internet leisten können. Wie man sich da täuschen kann. Was? Okay, rundherum mit uns. Hm. Der Schuh ist umgekippt. Okay, ich glaube, das ist diese Tür hier. Hallo, kann ich dir helfen? Das sieht nicht so aus. Gut. Gut. Ich brauche mich. Wuh! Wuh! Ach du Scheisse. Was ist denn hier los? Wuh! Wuh! Verdammt, die sind schnell. Aber ich bin schneller. Okay, damit ich es richtig verstehe. Hier werden... Für was braucht man eine Säge für Pornos zu drehen? Das ist eindeutig. Das... Hier ist... ein Pornostudio mit diesen... mit diesen... mit diesen... mit diesen... darstellern hier. Oh! Bäh! Scheisse! Scheisse! Oh! Wie ich sehe, haben wir auch nicht mehr so viel Moon. Ich nehme lieber wieder das ich nachher hier... Nachladen. Okay, gut. mit... Also mit diesen zwei Darstellern da... machen sie hier... Liebesfilme. Und je mehr ich davon sehe, desto... Okay. Please keep a slow thing. Ah! Da... Da... Da war doch gerade eine... So eine Dose. Also so... Medikamentendose. Das ist wohl für den... Porno... Tarzan und Jane oder so. Oh! Was passiert denn da? Was ist das? Hey! Das Mofium konnte ich nicht glauben. Aber geiles Bett. Und hier unten... Ja... Wo geht's denn hier entlang? Okay, der Typ hat gefrühstückt. Jetzt ein bisschen Schlösser knacken. Stufe 10. Das ist rechtes Feet. Können wir jetzt rein? Lecker links der Fenster. Dead... Dead mask protection. So. Okay. Wir kommen gerade in den Sinn. Wir haben ja... Gut gemacht. Also sollte das... Schon raus steigern. Komm schon. Öffne die Tür. Das Video. Ah, wir hätten hier rein... Gekont. Nette Bilder. Ah. Hier ist das Tape. Das wir suchen. Aber zuerst... Ich werde mir... ...bier... ...unten umschauen. Die wollen ja nichts... Ja... ...verpassen. So. So ein Scheiss. Dämlicher Scheiss. Und nicht so... ...zu erschrecken. Ah. Und hier wurden... ...wurden die Snuffs Filme gedreht. Und wie so sieht die Glorihull Filme. Bei all dem Blut... Also... Ja. Schwer zu sein. Sagen wir hier. The Empire Up on the Pops Beer. Ah. Jesus. Mann. Was... Was ist da los? Sie sind tot. Sie sind tot. Oh Gott. Sch... 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 Wer bist du? Arbeitest du für... DMP? Ja. Ja. Ich meine... Nein. Ich bin mit DMP. 5.0. Was zum Teufel geht hier vor? Das sind doch... ...dieselben Geschöpfen wie auf eurem Video. Ja. Ich weiß. Aber wir haben das nicht gemacht. Ich meine... Ich meine... Einer der Leute stole es. Ich fand es in einem schrecklichen Haus in den Händen. Wir haben es einfach kopiert und unsere Namen drauf. Scherz als alles, was wir noch gemacht haben. Scherz als alles, was wir noch gemacht haben. Scherz als alles, was ich noch nie sah. Okay. Junkies, Runaways, ... Moment mal. Ihr habt... ...ärchtes Snuffs-Film nicht gedreht, also... Ihr habt echte Menschen getötet und... ...und nicht Spezialeffekte dafür verwendet. Ihr seid ja krank. Ich hoffe, diese Dinge finden euch da unten... ...und bringen euch alle um. Was? Okay, krasser Scheiß. Moment mal. So kann ich blocken? Also, das wusste ich bis jetzt noch gar nicht, dass man hier blocken kann. Gut, da sind wir wieder. Wir nehmen das Band zu uns... ...und... ...und versuchen hier abzuhauen. Okay... ...und jetzt nehmen wir wieder diesen... Ah, nur drei. Besser als nichts benutzen. Heizung sein Besten und Blutheilung. Gut, noch einiger. Ah, verdammt. Und hier wurde alles verungstet. Das Blutze geht von oben nach raus. Also, und ich hoffe, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.